heute zur zweiten folge cat quest und ja ich muss euch sagen ich habe etwas offscreen entdeckt und zwar kommt man da unten da unten ist einfach eine kiste und ich sage euch wenn wir irgendwann übers wasser laufen können und ich habe auch noch was und das war ja da oben ist nämlich etwas was ich auch entdeckt haben müssen hier eben so der ich glaube ja okay aber ich weiß auch was da ganz oben ist aber keine ahnung wir gucken einfach weil ich will ich mich kurz die Interessen wie gesagt ich weiß was ist aber zeig es auch nicht weil das will ich auf die Welt hier allein also denkst du wir schaffen es heute noch denkst du 5? ja stimmt wir haben jetzt auch einen Kuss aufgenommen ja stimmt wir haben jetzt auch einen Kuss aufgenommen ja stimmt wir hatten auch so eine Kuss aufgenommen weil eigentlich wollten wir absprichtern und dann wo auch kommt es gut und ja ja Leute vielleicht schaffen wir es dann heute mal ähm jetzt zu holen und wir übertrachen auf den Kopf also nicht in der Hölbe nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr aber ich bin mühzach seid ihr bereit euren Thron zurückzuerobern eurer Mia auszählt Juchu Huuh Lol das ist er Nö Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja Lord Löwner Hihihi Sie will ja nicht damit rechnen Hihii Passt doch ich bin mit Sternzeichen Löwe Ja schon Äh Zwei Löwen da schnell wir müssen ihnen folgen Das wäre der Böse nicht mehr Oh Mit rein Okay Ähm Mücken wir oben Hörst du Löwen da schnell noch? Ja Löwen da schnell Ich bin ja beim fighten hier Äh Okay du Hau Den runter und ich schild und ich schild Ein Ich Schild Ich Ich Du Glaube das ist auf der anderen Site der andere Hau Ich 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 glaube, man kann fallen. Ich glaube, man kann fallen. Ah, joh. Ah, ja. Wo ist denn da schon hin? Kann man den Schlüssel nicht öffnen. Da brauchen wir den goldenen Schlüssel. Hast du eigentlich im letzten Spiel gehabt, den goldenen Schlüssel? Es gab eine goldene Schlüssel. Nein, du hast wirklich... Ich glaube, es stand irgendwas mit anderen Leuten. Sorry. Wir werden uns um die kümmern, Leute. Lebe nach HEEX! Äh, ja, die werden nicht auf den Winkel. Denn mein hier... Äh... Oh mein Gott, hab ich hier eingetrießt? Und die... hä, wieso machen die hier so leicht? Muss ich auf selbst... äh... Halt die Akzent! Muss ich auf selbst tun? Ja, muss er. Okay. Wird, wird. Nein, wir können nichts gegen ihn nicht. Versuch doch, was gegen ihn zu machen. Das geht halt nicht. Ich glaube, wir müssen uns halt einfach wieder setzen. Ich glaube, wir müssen uns einfach wieder setzen. Ja. Machst du was? Hä? Ich denke, wir sollen jetzt nicht? Hä? Ich habe doch gerade gesagt, wir müssen uns gegen ihn wieder setzen. Ja, guck. Sag ich ja. Äh... 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 Ich lese für mich selber. Ja, ich auch. Aber ich habe halt gedacht, dass du vorliest. Genießt den Rest eures Lebens, während ihr hier auf diese Insel festsetzen... Äh... Problem! Bitte keinen Land nennen. Mh? H! Wieso habe ich es gekallt? Ich wollte noch keinen Land nennen. Oh, du bist doch ein Eis und dann... Es ist gut, wenn du jetzt filmst? Auch wenn du jetzt filmst. Äh... Wann bist du jetzt? Das ist wirklich. Jetzt ist ne, ich will nicht. Aber ne. Ich will ja dann. Äh... Wann soll jetzt? Ich glaube, bei mir. Keine Ahnung. Ja, glaube ich aber auch. Äh... Nein, du bleibst hinten und ich glaub drauf. Ich denk mal, es ist ein Gegner. Königsblut, ihr sucht nach einem Weg, eure Drohne zurückzuerobern. Beweist euren Wert und unsere stärkste Waffe kann die Euro sein. Ah, ja. Kann die Euro sein? Äh, Leute, übrigens, die Leute, die es doch nicht gecheckt haben, die spielen aus dem Schreck. Ja, die hast du ja davon. Nur drücken. Schütt, aber drauf. Guck sie durch. Alter, ich mach ihn nicht rein hier, oder? Ja, ich lock ihn auch nicht. Ich mach ihn nur am Einser. Nein, 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 ich geh doch zurück. Ach so. Ach so. Ach so, weil du bist tot? Ja. Komm. Na? Nichts mal vor mir. from here. Na? Wie brauchst du mich zu verteidigen? Du hast du doch einen Punkt. Es ist nur zwei Punktini. Na? Okay, jetzt haben wir weiter Gefühl. Okay, wir Tower. Der hat chillt, der hat chillt. Jetzt wird's noch... Ich flüße. Du darfst lieber weit vorne bringen. Schau mal hinter mir. Immer hinter mir liegt's haben hier. Ja, jetzt geht halt die ganze Zeit auf. Ich bin doch hinter dir. Ja, richtig heiß. Es ist hart. Ja, ich weiß, dass es hart ist. Du hältst das Siegel des Königs. Nimm dieses Siegel und schmiede die Waffen, um alle Feinde zu besiegen. Alter, wieso wirst du nicht vorlesen? Das Königsschwert. Ich will's. Hey, kriegen wir das jetzt? Nein, kriegen wir das. Das ist ein Ende. Wir haben doch schon ein Siegel bekommen. Nein, das ist, um das zu schmieden. Ich hab zwar gelesen, aber trotzdem... Ich hör nicht mehr zu. Äh, hier müssen... Ach so. Wir müssen alle ein. Ich weiß es halt nicht, welchen Weg zu gehen. Wir sind in den Oberen. Okay, aber wir sind auf jeden Fall... Es ist schon wieder mal meiner. Wow. Das ist eine Sache für den leichteren Boss. Ey. Hallo, lass doch. Ich hab nur eine bekommen. Jetzt brauchst du noch zu helfen. Klar. Ach, ich hab doch einfach... Ach, aber du hast noch keine Waffe? Nee. Meine Waffe wurde schon zehnmal geöffnet. Ja, ich mach. Warte, ich will öffnen, weil ich denk doch von Magier aus. Ah, uuuh. Oh mein Gott. Ich glaub, der ist ganz einfach stark. Oh, ich will den mal ausrüsten. Okay, der ist dann glaube ich nicht stark. Ich will's mal ausgeben. Äh, plus zwei... Ah, minus zwei Angriffe. Aber plus zwei... Hier. Ne, plus zwei Angriffe. Hä? Das hier übelst? Ich hab wieder schon... Also ich denk mal eher... Ich weiß nicht, ob das so stark ist. Ich glaub, er macht halt Flächenschaden, der andere ist aber trotzdem stärker. Hm. Ja, ich glaub, der macht halt einfach zwei Schaden. Also... Ja, also... Ich hab gerade gedacht... Da halt glaub ich, dass der hier noch stärker ist. Okay, wir sind durch. Oh, er ist auch gut. Ja, ja, ich guck mal zwischendrum. Oh, bei meinen Schnurrhaaren. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh! Habe ich dich richtig gehört? Du konntest Löwener keinen Kratzer dazu fügen? Eher genommen. Zeige Kiri das Siegel des Königs. Ah, ja. Das ist das Zeichen der ersten Könige. Die haben euch also gesagt, dass wir das Königsschwert benötigen? Hä? Aber das ist echt ein Herr. Ich hatte gehofft, es würden nicht dazu kommen, aber... Miaukleid! Wir fragen Kita auf. Wieso müssen wir nach allem immer was Kind machen? Ich mach diesen heiligen Vorliegen auch, ne? Der passt glaube ich zu mir. Der heilige Vorliegen auch, ne? Der heilige Vorliegen auch, ne? Ah, dann. Dann muss ich den Glauben der von der Klappen. Ich mach nur 12 wahrscheinlich mehr. Ja. Und das muss halt treffen, ne? Meme, das kann ich nicht. Neu schmiegen. Ich weiß, Kid, wie man das macht. Ah, ne. Ach, ne. Ach, ne. Ja, nee. Bald müssen wir mal in Höhlen gehen. Nämlich müssen wir mal in den Höhlen gehen. Nämlich müssen wir mal in den Höhlen gehen. Da ist insgesamt mal ein bisschen dämmen. Wie alt ich bin. Miauk! Vergesst, was ihr gehört habt und trefft mich draußen. So, und das ist das Stimme des Heiligenes. Cool, dass sie geht erst mal vom Längelkampf. Warte, 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 warte. Der Buchholter. Ich bin der Wärter aller Geschichten der Zeit. Möchtest du die Zeit bei diesem Auftrag zurückdrehen, bis zu dem Moment, an dem du ihn angenommen hast? Nein. Nein, sie läuft. Lauf hinterher. Kühlt sie, bevor die Eier legt. Oh, der Eis. Ja, komm. Okay, ich hab gedacht, dass sie erst mal klopfen. Hä? Hä? Hört ihr das alle da? Hört ihr alle das? Okay, glaub ich, glaub ich. Ich mach nur 7 da schon. Ich mach meinen alten Set. Äh, ja, kann ich. Ah, ja. Dreiste noch mal. Oh, der geht immer auf mich zwei. Hä? Ich hab mir voll zu neuer Design. Die Dinger ist viel cooler aus. Okay, danke. Ich hab noch 8-0. Äh, ich hab 8-0. Ich hab 8-0. Ich hab 8-0. Weil du tankst, jetzt müssen wir ihn alle auf dich. Ja. Stell ich den an. Wo lass ich was hinzustellen. Was? Ja, ich bin nice low. Aber du kriegst ja nicht alle Leben dazu. Hier, dich da gleich an den Stand. Oder kann man sich das auch nicht mehr an. Ja, genau. Schleif ich was an den Stand. Ich glaub, darf ich mir jetzt mal meinen Healing Stack. Ich glaub den. Ja, ja, den kriegst du auch irgendwo. Ich glaub den. Aber ich weiß auch nicht, was? Ja. Ja. Ich hab doch keinen Heil-Zauber-Stand bekommen. Ja, aber das, was bringt halt. Es gibt wirklich so einen Zauber wie Messen. Und der ist halt einfach stärker. Viel stärker. Äh. Äh. Ich glaub den. Ich glaub den. Ich glaub den. Wenn ich es auch nicht nehme. Ja, sie sind. Sicher? Äh. Wenn ich auch nicht nehme. Dann haben wir. Dann kann es mal Ende sein. Dann kann es zurückbleiben. Ja, und ich hab gleich kein Leben mehr. Alles. Alles gut. Null. Ich, ich hier die Schuhe. Ja, ja. Ich weiß. Leute wie gesagt. Wenn man. Oh. Wenn man halt einfach ein normaler. Also wenn mein Talent ist. Will ich dann nicht normaler besterben. Ja, okay. Irgendwas hat mich in blau. Ah, das blaue. Kommt durch und durch durch. Äh blau ist mein. Ja, mach mal. Oh. Ne, meinst du? Ja. Ja, das hattest du immer. Wie kann es sein, dass ich jetzt schon immer länger überlebe. Hä, weil du. Hä, weil. Wann hättest du mich halt eigentlich durch? Ja. Ja. Achtung, der kann auch Magie. Aber locken wir die Dinger eigentlich nicht in die Staffel. Das geht auch. Ja. Guck. Bring auf den Staffel Schaden. Kommt du zu mir? Stell dich bei mir hin und treff den. Schieß. Ne, er stellt sich doch ein bisschen nach vorne bei mir. Ah, genau. Genau, deswegen wollte ich es eigentlich nicht tun. Ich brauche direkt den Staffel. Ich habe die Ecke dafür. Oha, 106er Schaden hast du gemacht? Ne, ich mach den. Wie kann ich denn 106er Schaden an dem machen? Oha, ich mach den. Nein, wo ist 3er Schaden an dem? Das weiß ich doch. Weißt du, was mit mir passieren ist? Ich laufe in die Staffel rein, wird von dem Typen geblitzt und so und. Leute, ähm, wir singen gerade direkt. Äh, das habt ihr aber nicht geblitzt. Doch, das haben wir. Oh. Oh. Aber das trotzdem die Höhne machen. Ist doch besser, die Höhne. Das leveln wir auch. Die Höhne schaffen wir schon. Leute, das kann, das kann nicht. Warte mal. Bro, what are you doing? Ja. Ich muss das überhaupt machen. Ich muss das nicht da hinten. Da. Ich hüste. Ja. Aber wie kommt man da hinten? Ja. Über das Wasser lauf? Nein, man kann ja nicht über das Wasser laufen. Hä? Früher konnte man nicht. Nein, nein, nein. Okay, Moris, bleib zurück. Moris, die Pies jetzt weg. Moris, nein, 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 nein. Ja, gut, gut, gut. Du kannst die Attack, aber bleib einfach zurück. Bleib einfach zurück. Oh. Oh. Egal, Moris, bleib einfach zurück. Nein, geh zurück. Zurück, zurück. Immer richtig falsch hinter mir. Ich muss mich jetzt anrufen. Oh. Oh. Nein, bleib da jetzt nicht weg. Oh. Nein, bleib da jetzt nicht weg. Äh. Oh mein Gott. Das Ding hat ja was. Sicher, dass du noch die Höhle machen willst? Ja, bestimmt. Leute, das schafft es. Okay, Leute, wir nennen diese Folge einfach den Dungeon des Todes. Ja, ist aber halt echt so. Geht da rein? Dann muss die einfach weglaufen. Ich fahre die, wir fahre die einfach weglaufen. Und diesmal reinzum. Bitte nicht sofort in die Stacheln, okay? Okay, ja gut, stimmt. Das war irgendwie echt der Fehler. Ja. Und mich auch nicht. Du bleibst immer hinter mir. Ja, du bleibst hinter mir. Äh, ob er denn so leicht in die Stacheln bekommt oder andere? Der ist schnell, glaub mir. Ja, nicht wenn er dir folgt. Ja, dafür kann ich das. Ja, der geht gar nicht in die Stacheln. Entschuldigung. Warte, warte, warte. Ich komm's mit. Au. Weich aus, weich aus. Wie stark ist der? Guck mal, du bist dauernd. Ja, ja. Ich hab ihn. Das ist was wert. Ich hab ihn. Und du hast keinen Schaden bekommen. Echt nicht? Weil ich dich getankt hab. Perfekt, Leon. Ich hab das hier geklärt. Und einer muss mich vielleicht wieder aufrufen. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ja, ist ja. Der hat einen nicht gebraucht, also. Das ist mir ja. Safe is safe. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. muss man wieder in Berlin geben. Ich glaub, der nicht kann das. Oder ne, der nicht erst mal hier. Unserem den will jetzt wieder auf. Siehst du? Schwer, weil das einfach kostet. Einmal so ein richtiger. Oh! Brennt. Den kann ich nicht machen. Weil der Magik jetzt. Lock ihn jetzt. Lock ihn jetzt. Lock ihn jetzt. Stier, 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 stier. Ich werde hier noch zum Profi machen, ja. Ich habe mich selber wiederbelebt. Hä? Ach, noch kannst du dich selber? Ja, noch ein paar Mal wiederbelebt. Oh Gott, das ist die Best. Äh, ja, ich muss draufgehen, weil ich dich nicht tanken muss. Das sind Drachen. Wieso machen wir diese Löhne? Weil wir das schaffen, geh zurück. Du musst richtig weit zurück. Du musst richtig weit zurück. Renn, renn, renn. Die Dinger sind so schnell, du musst eigentlich immer nur die ganze Zeit wegspringen. Nicht, nicht damit reinspringen. Ja, und jetzt zurück, genau. Was soll ich machen? Die kriegen doch kein... Ey, mach doch dein Salto hoch. Mach doch dein Salto hoch. Mach doch dein Salto hoch. Ja, ich schieß an, ich schieß. Ich schieß doch an, wenn die anhalten. Nein, du bringst es in die Stahl. Er hat übrigens meinen Controller genommen, Leute. Äh. Ich hab sie schon. Ja. Komm, wenn du das einsam hast, haben wir vielleicht genug GP? Oh, ne. Das Landung ist echt nicht... Ja, du bist wieder leben. So, Controller-Tausch. Da wird er erst besser in diesem Spiel. Ja? Ja. Ich hab dieses Spiel in zwei Stunden durchgehabt und konnte auch immer wirklich gehen. Ich hab insgesamt 20 Spielstunden ungefähr gehabt. Ach, und wir müssen sehr aufrechnen. Ey, aber ich mach dem gut damage. Ja, schon klar. Aber ich seh gleich nichts mehr, wo ich bin. Wir waren gleich verstanden. Und der geht auch nicht in die Stahl. Und der geht auch nicht in die Stahl. Ich bin eben weil die halt alles fliegt. Oh, mein Gott. To den. To den bevor. Erst mal hier. Bevor der andere kommt. Oh, wir sind kurz vor dem Ding. Ja, mach mal ein Level up. Ich brauche nämlich leben. Ruhe auf. Ich hab's nur kürzen. ich war auf dich und dann greife mir den drachen wieder an und ich bin halt wegen der sehr stark okay bitte bitte reich bitte reich nein du wirst doch sag dich ja tag nicht raus den hab ich echt mehr angst als von den drachen irgendwie schon ja geh doch auf mich du kleid deine welt was haben die alle gegen mich weiß ich nicht weil du weniger leben was ich glaube ich glaube ich werde diese folge überleben und wenn er geht auf mich nicht okay durch wir werden diese folge einfach wirklich doch ihm wieder den tod ist dann ja ja warte geht 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 zurück ich war her warum denn ich bringe ich mir zurück Was ist denn witzig? Soll ich dich denn hier hin? Ja genau, jetzt bleib einmal stehen. Help! Okay, ich hab jetzt jetzt sogar Damage gemacht. Wir haben den Dungeon fertig. Puh, wir kriegen die Kiste. Leute, darf ich bitte die Kiste? Ja, aber da muss jetzt echt was Gutes drin sein. Wenn da jetzt so ein Schritt drin ist, Leute, ich verkaufe diesen Schritt. Okay, das ist was für mich. Das ist alles. Ja, leider. Was für mich dabei? Das noch? Ne, glaub ich, das ist kein Kurs. Ah, da ist ja noch. Ne, ach so. Oh, Leute, wie sollen wir denn noch den Dungeon... Ach ne, ach so. Wie kriegen wir jetzt eigentlich die Kiste da? Wir haben den Dungeon. Ja, okay. Warte, komm, dann lass sagen. Ist sie kurz? Boah, Leute, das wird wieder so eine XXL-Folge. Ja, alle? Also, kennt ihr alle den wahren Grund, weshalb das Königsschwert selber runter ist? Weil die ersten Könige diese Macht fürchteten. Darf ich jetzt drauf? Deshalb haben sie mir einen Splitter hinterlassen, um sicherzustellen, dass niemand es erneut spielen kann. Aber sie kann es doch... Auch ne Kids Wettkampf? Das schaffen wir schon bestimmt. Warum müssen wir das machen? Wir müssen besiegen. Hä, dann kriegen wir die Königsschwert? Nein, dann haben wir einen Splitter. Nein, nicht durchlaufen. Ah, taktisch angehen, ja. Ey, wir haben eben noch so wenige AP. Okay. Wie soll man das eigentlich überlegen? Wie ist das? 3, 2, 1, go! Macht euch bereit, Jungs. Mein Hammer hat einen für... 2, 2, 2, 1, go! Achso, wir müssen es gegen die Falten. Ja! Äh... Sie hielt sich... Sie hielt sich... Pro Sekunde sich... Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Sie hielt sich... Sie hielt sich... Sie hielt sich... Alter, wie so trifft! Ja, nix! Das ist so lächerlich! Trifft doch! Boah! Das war grad... Das war grad echt... Hab sie ge-freezed? Oh ja, okay, okay. Aber wo sie gefällt, war es gut damit spät, ja? Ja, nur... Nix so schön. Geh weg, hier! Geh weg, hier! Ne, ne, ich muss hier saufen, denn es geht. Du willst es nicht so... Cut! Irgendwann! Oh mein Gott! Oh, ich bin vielleicht down, aber... Oh mein Gott! Ich hab noch mal ein Spell gemacht! Nice! Achso, wir haben so wenig Leben! Haben wir grad Kid umgebracht? Ja, gut! Äh! Hey, ihr seid echt recht gut! Kid gibt dir Löwen das Schlüssel! Da kommt wieder die heilige Stimme, Alter! Dieser Schlüssel wird die Ruin aufsperren, in denen ein Splitter aufprobat ist. Kiri wird euch dort finden, okay? Wisst ihr, Hunde und Katze sind nie miteinander angekommen. Ausgekommen. Angekommen. Aber ich habe das gefühlt, ihr werdet das ändern. Herz! Gut, Leute, ich will jetzt auch gar nicht machen, ne? Wir gehen noch mal zu einer Heap Station. Ja, wir sind noch hier, ne? Achso! Gut! Wir werden noch mal, ja? Wir werden noch mal. Naja, wir gehen immer erst lieb. Gut, dann würde ich sagen, lasst ein Aude, aktiviert Joggen, über den Like mit mir aus der Freundin-Pod rein. Euer... Langdoll!